Ja liebe Freunde, heute ist es wieder Copter Time. Genau hier mit dem Alicopter und die Frage habe ich dann was habe ich jetzt wieder vor. Dann bleibt dran. Und zwar filme ich aktuell mit der GoPro Hero 6 und die hat ein ganz cooles Feature. Und zwar kann ich die Bildgrade von 30, 24, 25 auf 240 Bilder pro Sekunde einstellen. Das mache ich ganz einfach mal. Dann werden wir uns mal angucken wie der Copter fliegt. Ob wir da sogar die Routerplatte sehen können wie sie sich bewegen. Bei 240 Bilder pro Sekunde wäre ich dann in der Software runterstellen auf 25 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde. Und ich bin gespannt. Ja, hier eingeschaltet. Hier nochmal eingeschaltet. Ja jetzt geht eigentlich schon los. Viere 7 6 9 10 10 11 12 14 15 15 15 16 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020